Fernando Manuel Silva Cotto ist ein portugiesischer Fußballspieler, der als erfahrener Innenverteidiger für zahlreiche europäische Spitzenclubs und die portugiesische Fußballnationalmannschaft gespielt hat. Ein Schatten liegt auf dem positiven Image Cotos, seit er 2001 positiv auf Nandrolon getestet und für fünf Monate gesperrt wurde. Im April 2007 wurde er aufgrund des italienischen Anti-Doping-Gesetzes zu 4000 Euro Strafe verurteilt. Cotto beteuert trotzdem noch immer seine Unschuld. Karriere Fernando Cotto wurde als eines von acht Kindern im Jahr 1969 in Espignol geboren. Dort verbrachte er seine Kindheit und spielte beim ansässigen Verein Sporting de Espignol. Danach folgte der Verein Lusitania de la Rosa, ehe er zum FC Porto wechselte. Dort war er zuerst in der Jugendabteilung, ehe er zur Saison 1987-88 zum Profikader der Drachen stieß. Gleich im ersten Jahr kam er zu seinem ersten Einsatz. Allerdings sollte dies auch sein einziger für diese Spielzeit bleiben. In den folgenden Jahren liehen ihn die FC-Verantwortlichen an den Drittligisten FC Famélesau und zur Universitätsmannschaft Académica Coimbra aus. Dort sollte er Erfahrung und Spielpraxis sammeln. 1990 kehrte er zum FC Porto zurück. Er konnte sich nun beim Spitzenklub durchsetzen und trug in den kommenden vier Jahren zum Gewinn von dreier portugiesischen Meisterschaften bei. Im Sommer 1994 entschied er sich für einen Wechsel zum AC Parma in die Serie A. In seinem ersten Jahr bei den Italienern beeindruckte der Verein im UEFA-Pokal und rang bis ins Finale vor. Dort stand man dem Liga-Konkurrent Juventus Turin gegenüber. Durch einen frühen Treffer im Hinspiel gewann Parma mit 1 zu 0. Das Rückspiel am 17. Mai 1995 endete 1 zu 1 unentschieden. In beiden Partien absolvierte Cooto die volle 90 Minuten. Nach einer weiteren Saison verließ er den ACP nach der Spielzeit 1.995, 96. in Richtung Spanien. Für umgerechnet 5,5 Millionen Euro sicherte sich der FC Barcelona die Dienste des kompromisslosen Verteidigers. National konnte er zweimal die Copa del Rey und einmal die Meisterschaft mit den Katalanen gewinnen. Auch international feierte er Erfolge. Nach einem 1 zu 0 Sieg gegen Paris Saint-Germain im Finale am 14. Mai 1997 gewann er den Europapokal der Pokalsieger. 1998 kehrt Cooto dem spanischen Traditionsverein den Rücken und entschied wieder nach Italien zu wechseln. Beim Hauptstadtclub Lazio Rom unterschrieb er einen Vertrag und blieb dem Verein sieben Jahre treu. Auch mit den Römern sammelte er Titel. Wie schon 1997 stand er auch 1999 im Endspiel um den Europapokal der Pokalsieger. Im letzten Finale um diese Trophäe gewann seine Mannschaft mit 2 zu 1 gegen Real Mallorca. Unter der Führung von Sven Göran Eriksson wurde er im darauf folgenden Jahr italienischer Meister. Mit dem Sieg des Pokals in der gleichen Saison wurde das Double perfekt gemacht. 2004 gewann Cooto den Pokal noch ein zweites Mal mit Lazio. Im Sommer 2005 wechselte er innerhalb Italiens und feuerte zum wiederholten Mal beim FC Parma an. Sein letztes Spiel in der Serie A bestritt er am letzten Spieltag der Saison 2007 8 Uhr morgens 18. Mai 2008 im Alter von 39 Jahren. Im Anschluss gab er sein Karriereende bekannt. Mit elf Feldverweisen hat er in der historischen Statistik der Serie A einen sehr gehobenen Rang. Zum Ende der Saison 2007 08 lag er gleich auf mit zwei weiteren Spielern und nur drei hatten mehr. Aufgrund guter Leistungen wurde er im November 1986 in die U18-Auswahl Portugals berufen. 1989 wurde Cooto für das portugiesische Aufgebot zur Juniorenfußball-Weltmeisterschaft der U20 nominiert. Das Team schaffte es bis ins Finale des Turnieres und besiegte Nigeria. Mit diesem Sieg war die sogenannte Goldene Generation Portugals geboren. Neben Cooto waren Spieler wie Luis Figo und Rui Costa dabei. Doch dieser Triumph war mehr Fluch als Segen und das Team verpasste die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 1994 und 1998. Bei der WM 2002 schied die Truppe bereits nach der Gruppenphase aus. Erfolgreicher waren die Turniere auf europäischer Ebene. Bei der Fußball-Europameisterschaft 1996 in England erreichte Cootos Team das Viertelfinale. Vier Jahre später schied man im Halbfinale gegen den späteren Sieger Frankreich aus. Zu Euro 2004 im eigenen Land sollte Cooto die Nationalmannschaft als Spielführer ins Turnier führen. Doch nach einer enttäuschenden Leistung bei der 1-zu-2-Niederlage im Auftaktspiel gegen Griechenland wurde er vom Nationaltrainer Luis Felipe Scolari. Für die folgende Spiele auf die Bank verbannt und durch Riccardo Cavalho ersetzt. Die Kapitänsbinde übernahm daraufhin Luis Figo. Portugal schaffte es bis ins Finale, konnte dort aber keine Rewasche für das erste Spiel geben und verlor zum zweiten Mal gegen die Griechen. Nach Ende des Turniers gab Cooto seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Erfolge Im Verein Portugiesische Meisterschaft Portugiesischer Pokal Portugiesischer Super Cup Spanische Meisterschaft Spanischer Pokal Spanischer Super Cup Italienische Meisterschaft Italienischer Pokal Italienischer Super Cup UEFA Pokal Europa Pokal der Pokalsieger UEFA Super Cup 1999 In der Nationalmannschaft U20 Weltmeister EM-Teilnahme WM-Teilnahme 2002 Siehe auch Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen verringene und die die in dem wir yu inis u zu be U ęp